ja und willkommen mein name ist an die rolle und ich begrüße euch zurück zu let's play test for the definitive edition und da ist ein skid vorlieben und abneigung ich bin ok ja wir haben gegen dieses komische außerirdischen piech gekämpft so wie ich es nenne und wir sind jetzt hier in dieser stadt gelandet jorden gehen und ja sieht alles ein bisschen verdächtig aus von das was wir schon irgendwie so herausgefunden haben glaube ich dass wir hier weil sie nicht in der vergangenheit sind 1000 jahre weil die leute wissen nicht was plastik sind jetzt keine barriere weil weil sie nicht dieses ding wird wer in weisen jetzt bringen wird wahrscheinlich jetzt dafür sorgen ob eine barriere errichten also würde erklären warum hier weiß nicht die stadt angeblich seit über 1000 jahren noch hier steht obwohl keine barriere ist und ja wahrscheinlich erfinden wir gerade hier barrieren ich habe keine ahnung das ist meine theorie jedenfalls ich war ein bisschen shoppen habe ein paar sachen hier geholt und synthetisiert und soja guck mal hier habe ich was neues für rita habe ich glaube ich zwei neue sachen ja und ja habe sehr darauf geachtet dass ich sachen herstellen konnte die ich keine ahnung die mir jetzt nicht irgendwie so verlust machen den sinn von diese waffe brauche ich irgendwann nächstes mal für irgendwas oder so keine ahnung ja waffen kaufen und rüstungen kann man auch nicht kaufen sehr verdächtig wir können auch nicht heraus oder so war so ja mach mal weiter kann man nichts anderes machen halten nur ich habe ich bin schon mal ausgerüstet für was auch immer kommen wird ich glaube jetzt nicht irgendwie im boss kampf oder so kommen wenn ich rausgehen können und weil sie nicht trainieren können dann kommen wir ja weiß nicht jetzt immer an immer man ich könnte den kampf nicht schaffen oder so dann sind wir mal frecken kommen nicht mehr weiter entschuldigung und du bist der im baut Ja ich bin ich habe in hier ihr wie hier 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 ich bin ja Wie ist das? Ich habe mich überrascht, überrascht und überrascht. Entschuldigung. Aber... Was ist denn? Nein... Was hast du hier gemacht? Ich habe mich überrascht. Ich habe etwas falsch gemacht. Nein... Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich bin ein Witziger. Das heißt, ich sage, ich habe ein Stimme und Blastia gemacht. Ich bin ein Stimme auf der Brustia. Ich bin ein Stimme aufgelistet. Ich bin ein Stimme aufgeriert. Ich habe nicht etwas zu tun, sondern ich habe ein Stimme aufgerüstet. Ich habe es nicht einen Stimme gemacht. Ich habe einen Stimme aufgerüstet. Ich habe die Stimme aufgerüstet, Obst du... Ich muss das nicht anbietern. Ich werde das nicht anbietern. Ja, ich werde das nicht anbietern. Ich werde das nicht anbietern. Hey, was du mit? Wait, wait, wait! Ich habe einen schönen Tag. Das ist das, was ich gesehen habe. Ach, das ist das so eine Apatia. Apatia 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 Wann gehst du? Wann gehst du Style? Äh, äh, nein. Kinder-Sache... Entele-Keya ist ein Fero? Genau. Entele-Keya ist... ... ich... ... ich... Entele-Keya? Entele-Keya ist... Entele-Keya ist... Entele-Keya ist... Entele-Keya ist... ... und... ... du kannst das nicht nur von Fero und es wird auch so gehört? Es wird nur von Fero und es wird nur von Fero, ... der Mannget-Keya ist. Es wird nicht so gut... ... es wird nicht so gut sein. Aber... ...Estele? Jetzt wird es nicht? Entele-Keya ist... ... die Entele-Keya ist... ... die Ruin-Gate-Largi... ... die Eger hat auch gesagt. Ach ja, der hat sich ausgegeben, genau. Das war das, was die alten Einwanderung der Norde-Polika gemacht hat, oder? Feroe hat die Norde-Polika? Das ist doch gar nicht so, was du sagst. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Warte! Ich habe auch was zu erzählen. Was hast du in der Real-Kreine gemacht? Was hast du denn? Was hast du denn? Du bist so. Du kannst nicht verstehen. Du kannst auch verstehen. Was hatvem? Was ist das? Weiß ich was. Ach, was ist das? Das ist das? Was? Was ist das? Was? Das ist das? ich nur irgendwie so mond fähigkeiten also vielleicht weiß sie irgendwie wort von kindes mordes oder so Sieht da, dein Name ist Mangel. Anni, Liri-No-Aka-Boshi-Weil ist die Welt. Sie ist auf der Erde und können die Welt der Welt in die Welt in die Welt zu bewegen. Sieht da, da. Ich weiß nicht. Aber es ist nicht nur eine der Erste, die wir nicht ansehen. Auf der Erde und die Welt in die Welt, zu bewegen. Das heißt, dass wir die Welt zu retten haben, oder? Das heißt, dass wir die皇帝 sein werden, oder? Wenn Ester ein Kind ist, dann wird es ein Kind, oder? Das heißt, dass die皇帝 alle Feroe für die Welt ist. Ich habe das gar nicht gehört. Ich denke, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu erzählen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu erzählen. Ich werde dir, Rita, schnell zu erzählen. Ich? Ich werde jetzt, wie ich es mache. Ich bin hier in der Stadt. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich habe Klrea-Siel dich. Sie sind einfach nur interessiert. Ich sage es, dass ich sie hier stehen muss. Wenn ihr hier geteckt. Ich bin nicht hier. Ist das? Ah, okay. Ich glaube, es sei denn eine沿au, aber ich bin ein Ehem. Meine Damen und Herren, immer müssen wir nicht weiter. Ich habe nicht die沿au. immer gleiche ich muss ja neben ganzes fastballer trinken mit trägt das einfach auf den rücken ich muss wahrscheinlich wieder mit ihnen hier reden ein teammitgliedern ja was ich von allen getrennt ich kann sogar hier ein korea ist kein schritt bewegt hat man das schwert weg ok mein gott der ist jetzt gleich mal schnitt sich ein schnitzel Ich denke, es kann auch so sein, wenn ich das Ergebnis erwähnt habe. Wenn ich die Blastia von Heliode bin, dann habe ich Apatia in der Nähe von Apatia geflogen. Und das ist auch, wenn ich die Erkläne in der Nähe von Cavemock. Ich glaube, es hat er auch in der Nähe von der Nähe von Apatia geflogen. Oder wenn Apatia geflogen hat die Erkläne in der Nähe von Apatia geflogen. Ich glaube, es hat nur die große Erkläne geflogen. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe alles, aber ich weiß, dass es nicht alles gut ist. Ich verstehe mich sehr, was ich. Ich verstehe, dass ich das Ganze überlegen und das Ganze überlegen. Das ist so. Ich verstehe. Ich werde das alles tun. Was ich? Ich verstehe, dass ich das Ganze überlegen. wirklich alter schlüssel schlüsselloch meinte selbst am zeichen nein nicht jetzt ich will ja meine konzentration hier kann ich nicht durch schon mehr durch haben wir schon zu feuer holz war oder spin ro das war irgendwie ich rede jetzt nicht noch mal mit den ganzen leuten raven als haus Das war's für mich. der kattel ist aber nicht so kröchig vielleicht alt aber sehr sensibel na wo ist denn der Rest hier aber Frau uns töte, ja. Ah. Wenn du so, wenn du so, wenn du so willst, dann kannst du es nicht mehr schlafen. Hüüri? Du hast bereits die Verkaufs mit uns getrennt. Ja, genau. Aber... Du bist nicht so gut, dass ich es nicht so lief. Es ist nicht so lief. Und das ist... Du kannst du nicht wissen, was ich nicht wissen, dass ich es nicht weiß. Ja. Ich habe das so festgestellt habe ich denke darüber nach das ist ja eigentlich immer so sie hat zweifel dann kommt juri sagt ein paar weise worte und schon sind wir wieder da wo wir vorher waren wir erholt sich so ein ganz kleines bisschen jetzt machen wir noch patty und jurev 結局 boktati feroe mitzke rares zimei datt ne gildo toste no hat schigo toa zampai te toko loka na dassel dungresto nie modorka so hoga e-kamo でも yuri was so ediino estel war Ich glaube, das ist gut. Esstel ist... Esstel ist... Esstel selbst ist die Antwort. Ja. Aber es ist hier eine schwere Stadt. Ah, ja. Ja, genau. Es gibt keine Gilden, keine Regionen. Es ist ein ganz schönes Stadt. Aber es ist ein ganz schönes Stadt. Ja, genau. Aber ich glaube, ich glaube, Dungrest ist gut. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, Yuli. Ich glaube, es ist gut. Aber wenn wir mit dem Vesperia arbeiten, dann müssen wir eine neue Stadt. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut. Ja. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, Dungrest ist ein Stadt Union, aber es ist eigentlich ein Stadt von Altosk. Es ist auch das. Wir haben eine Stadt von Brave Vesperia. Brave Vesperia? Ja. Das ist gut. Das ist... Aber... Es ist gut. 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 Aber es ist gut. könnte ein gründen obwohl wer weiß vielleicht passiert ja sowas doch nicht hoppen wir mal da warten einfach wenig abgeholt okay julep vorbesser Ah, Petty, genau. いろいろと調べてもらったからな その時にうちがパティって名前だと教えてくれた人がアイフリードだと知ったのじゃ アイフリードがお前の名前を? んじゃ、その時のことがうちにとっての一番古い記憶なのじゃ ふーん あの時の優しい眼差しを思い出しただけで うちはすごく温かい気持ちになれるのじゃ じいちゃんかどうか本当のところはわからん でもうちにとってはそうとしか思えんくらい大切な人だった気がするのじゃ なるほどな でもその名前は隠しといた方が賢明だったのな じゃのー でも もうなれっこか じゃの 少々嫌なことがあってもなんてことないのじゃ つらくてもなかないだっけか でも 理屈ではわかっても感情ってのは黙ってくれてないぜ 岩場でじっとしておる保護職の石がれよりうちは我慢強いのじゃ そっか でもせっかくの情報源にもそっぽを向かれちまったな なになんとかなる 明日は明日の風が吹く なるようになれなのじゃ とにかく 腹がすくから 悲しい気持ちになるのじゃ meiner fan von wasser gebaut magst du noch ein spießchen da kann ich nicht ausristen so defop wahrscheinlich wieder außerhalb der stadt die ist immer irgendwie außerhalb der städte wenn man gerade die stadt verlassen wollen ja irgendwie kommt sie dann immer wieder ich gerade gesagt もともと落ち着きがないのねきっと そりゃ意外だな あなたこそ いつもフラフラとどこかへ出て行こうとしてるわ 俺も落ち着きがないんだろうな 意外 でもないかしら バールと一緒にフラフラしてた時の癖が出るのかもしれないわね ああ あの変な白い鎧着てた時の ええ 一人でフェルを探しに行くつもり? 行かないよ あら じゃあどこ行くつもりだったの? 単なる散歩だよ あらさ なんかいつもこんなんじゃないか austral単だよ weißrä cả wir haben mir wirklich so seltsam ausgesehen sie gefiel mehr stabil und Auto zu sagen dass ich einen schlechten geschmack habe wir werden unruhenig bin du ständig hast du es romans du meinst so wie du jetzt gerade genau das meine ich wir sollten uns eure freunde treffen ich nehme an wir müssen ja schlafen gehen oder fehlt mir noch jemand nur ein tag des ausbruchs als wäre ich nicht so viel geld hätte man kann wie gesagt nicht raus also man kann nicht geld fahren oder so zur not wenn man kann sich irgendwie voll soft locken alle sind weg ja okay ja das kommt man an olsen oh sei so wari wari anta mo kailin da na okage sammade tai rio kmo kai fukusimashita si moshisabakou koerare no nara mina san to go isho shio kato ja haggrenai yo nicht sterben ne vor Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 titel hier entfernt vom wasser gebaut wenn die umstände raus empfangen die raunen nicht an zu flennen so passiert sie hat ihre tränen zurück so ist das gleiche team ich hatte ja eine stadt ohne barriere also wenn wir jetzt durch die wüste laufen die gleichen monstern zu kriegen dann sind wir doch nicht in der vergangenheit durch das theorisiert hatte das kann man noch nie war doch ja doch wie ein bisschen anders da konnte man mal ein bisschen mehr ich muss sowieso jetzt zählt und zu aufschlagen mit repeat wegen ich war muss jetzt wieder immer wieder nachgucken so nachher wie macht man das noch mal weltkarte wir machen noch mal machen wir mal ein kampf und tun wir mal das machen ja es ist schon zählt einsetzen ja ja wir sind in den wendeln wir selbst noch ein er hat voll verspätet die mine die mine so angefühlt ist eine luftbühne blühen wir haben ja 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 schön level schon mal zwei aber wir haben nicht genug wir haben nicht genug für torten klare himmelskristall also Wenn das so, dann werden wir die Gefühle von den Schlechern geschehen, dann werden wir die Gefühle geschehen. Also, wenn man wirklich so kann, dann wird das schon so. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist auch eine Realität. Ich bin einfach nur die Realität. Ich glaube, das ist ein Realität. nicht damit wir wieder aber jetzt nicht weiß man nicht wie wichtig das ist haben wir damit fertig sind oder überhaupt aber warum nicht mann wo sind wir denn da sind ja wenn wir sind ob man nicht suchen kann ja ich gehe mal ja noch so ein bisschen rum latschen weil es gibt einen kampf machen keine neue monster mein gott wie viele von den näheren kann ich denn ja wir sind so klein ich treffe damit nicht wir haben nehmen mega tonnen haben ja das hat konnten wir einfach mal runter ich glaube ich auch hier mit nah genug herankommt und Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Za. Duke. Duke ist ein lustiges Du. Ich bin ein Mann, aber ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Aber ich bin ein bisschen. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein Mann, weil ich mich nicht so viel zu machen habe. da war karl ist die jungen noch mal die mitte in der kasse da doch noch nicht was sie kultur klamotten erst gedacht aber da lag ich auch falsch und hat wir in der vergangenheit 7.000 jahre scheint auch falsch zu sein weil ich glaube nicht der kontinent genauso gleich aussah weiß er mich ja haben wir dann nicht hier auf der karte eingezeigt mit dem doof immer so ein und auszugehen nach zu checken ich sage mal was hier mit den kämpfen das eigentlich keine ahnung sieht bekannt aus vielleicht hat schon mal gesehen kanal hat hier ist ja wahrscheinlich wieder erst nicht hin er geht weg da war nicht komplett von level die alle sind sind relativ schwach die viecher wahrscheinlich auch ausbieten so matten und zu einsetzen gehen wir mal durch die wüste wenn wir die speichern machen ist egal wo er weiß weil uns da drin erwarten mich zu treten im feld bleiben hat okay geht das macht so ein bisschen einfacher wenn man kann einfach überspringen die wüste er macht die sache noch ein ganz klein bisschen einfacher da ist der sati oase oder naja wer mir ein mathe ja ich kann eigentlich den kampf betreten und dann direkt eine matte einsetzen aber auch per theater irgendwie so eine fähigkeit erzählt und geld klaut immer flüchten etwa mit der wahrscheinlichkeit vielleicht haut hat ja so hätten wenn man darauf achten wenn wir ein ganz neues gebiet da sind knochen kannst die einsammeln oder man kann nicht sogar eisen sein noch sehr sehr jeweils stachel dornen okay da ist die oase oder weil wir mich ja wir konnten ja mal zeugs ich habe eben geguckt man scheint da ja nur die ja ehrlich exklusiver ja ich träffte natürlich nicht weil der boden legt ich war keine mauchen diese zeugt die ganze zeit auch nicht geschickt ja nicht anfällig gegen wir sind resistent gegen feuer ja geil ich hätte die ganze zeit abgebrochen vernehmen diese wir haben verankert sich jetzt beim kann auf screen so heimelsgeschenk und glühwämmchen die welt am besten alle 200 gemacht haben zu 100 nutzungen mit war auch nicht die fähigkeiten ausnehmen können neue waffen ausrüsten können und also was zum wasser wollte ich hin naja am deutlichen vorsprung von dem einen fähig schon ganz vergessen da aussieht war überhaupt ein hund ich glaube war mehr so ein wolf also hat kommen wir ja jetzt flüchten wir mal jetzt ruhig mal habe ich geld bekommen er kommt nichts bekommen aber er ist eine chance hat man bekommen da war und soll es war ich muss diesen hör ja doch nicht doch doch ich hatte hat also wenn er nicht weiß ob er gern flieht oder nicht er scheint nichts mehr zu sein so links an der ecke ist noch irgendwie was weg kommt runter kommt hier noch mal unter geht auch von linken seite habe ich irgendwie hoch dreck da fehlt mir noch da muss noch sein revier markieren nein ich habe schon wieder schon wieder da hinten in die pferde geguckt ich dachte ich habe besprochen 60 kalt gesteuert mal da bringt es nicht so jemand so eine matte die kostet weil sie nicht so 150 für irgendwie so was glaube ich schon alles markiert hat da war ich nicht gerade da oben warum ist schon wieder rot wo ja was soll es ja da ist ja oben da was habe ich noch gar nicht erkundet merke ich gerade war rot go go Untertitelung des ZDF, 2020